Kann er mich hier von mir treffen? Nö. Hahaha. Hehehe. Hehehe. Ja, okay. Pfff! Okay, Respekt. Dass du mich von hier triffst? Verdient Respekt. So, was war das? Oh. 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 Ey, das ist nicht euer Ernst. Fünf. Schaut euch das mal da unten an. Fünf. Alter, ich hab auch keine Deko gerne mehr. Krass, hätte ich nicht erwartet. Na, komm. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Krass. Vor allem wenn ich mich runterfallen lasse, bewegt er sich sofort, greift mich sofort an und stunt mich instant. Ah, ich muss es riskieren. Ist der in der Mitte? Der ist der schlimmste? Boah, wie asozial. Slimies. Genau. Und natürlich auch noch mit Blau. Der sich sofort vereint hat. Weil er genau wusste, was auf ihn zukommt. Alter. Wie willst du das denn bekommen? Ja, neue Taktik hier. Schön abgebissen. Oh, das war gut. Nicht mal getroffen worden. Sterben. Ja, alle tot. Aus Prinzip zerstöre ich auch noch das da. Wie wenig Pfeile wir jetzt noch haben. Das ist nicht so geil. Wie viel Pfeile habe ich jetzt noch? 13. 13 Pfeile. Bitte lasst da nicht keine Rubine drin sein. Alter, ich hau euch. Drei Herzen. Wie göttlich. Drei Herzen. Alter. Wie awesomeness ist das denn? No. No way. Nicht die. Ich habe auch noch sehr viele Pfeile. Sehr viele Pfeile, wollte ich sagen. Habe ich gesagt. Bomben habe ich viele noch. Ist zwar eigentlich nicht so schlecht, aber okay. Wo wir gerade wissen, dass wir noch Bomben haben. Das juckt dem aber nicht, ne? Äh, okay. Okay, und stirb. Haha. Lol. Oh, ich hasse euch. Nein. Geister. Wie krass. Nein. Ich muss den... Ich muss... Ich muss irgendwie... Ich muss irgendwie diesen Strahl aufladen. Ich muss irgendwie diesen Strahl aufladen. Jötze. Nein, Alter. Da sind immer noch welche drauf. Wie viele. Und ich kann diese Wirbelattacke nicht machen. Was machst du? Nein. Alter, wie krass. Ich weiß nicht, was ich gerade machen soll. Ich kann die gerade auch gar nicht besiegen. Alter, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich gerade tun soll. Ich kann mich gerade gar nicht bewegen. Ich werde die ganze Zeit gestunt. Ich werde auch die ganze Zeit vereist. Und er macht diese Wirbelattacke nicht. Warum macht er sie nicht? Das gibt es doch gar nicht. Ich mache ständig diese Kack-Wirbelattacke. Boah, Gott. Jetzt so schnell irgendwie was machen. Wie haben wir prediktet, dieser Arsch? Alter, das gibt es gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Schaut euch das an. Ich habe es wieder getroffen. Ich habe es wieder getroffen, dieses Scheiß-Arsch. Ja, nein. Einwältig, Alter. Ich muss es nicht legen. Alter. Deswegen hasse ich diesen Scheiß. Tod. Wir hatten so eine gute Ausgangsposition. Aber wer konnte... Alter, wie... Warum? Das ist so assi. Wie sieht er doch an, Alter? Ich halte diesen Scheiß-Dreck gedrückt, damit er Hauptsache auch noch anwesiert bleibt. Nein. Er geht dann sofort wieder raus. Alter, ich bete dafür, dass das echt wirklich hier das Letzte ist. Ich habe leider die ganzen Fehlquellen nicht im Kopf, aber wenn das Sechste sind. Boah. Was sind die denn hier noch? Ich kann das leider nicht erkennen. Der ist nicht nur alleine. Der ist nicht nur alleine. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da wieder welche aus dem... Komm. Here we go. Ja, natürlich. Das war so klar. Alter, und Ratten. Und wie viele. Diese asozialen Ratten. Wer ist noch online? Äh. Ich wollte... Wer ist noch online? Genau. Wer ist noch online? Wer will noch was? Sollte ich sagen. Wer ist noch online? Wieso komme ich auf diesen... Wie komme ich auf diesen... Wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, das juckt ihn wirklich nichts. Ich glaube, das juckt ihn wirklich nichts. Hä? Wie kann er das prädiken? Das bringt nichts. Alter. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht wieder, was ich hier tun kann. Vor allem die Assis fliegen ja hoch. Greifen mich dann an. Paralyse bringt auch nichts. Der Geleiter ist halt auch hier ein bisschen doof, ne? So wie die Eisenstiefel. Alter, wir haben nur noch mit einem Fee und ein echtes Gelee. Ja. Alter. Alter, 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 Alter. Nein, Alter, wieso? Ich habe ihn noch angegriffen. Ich habe ihn angegriffen, nicht er mich. Mann. Nein, Alter, wie kann der mich denn treffen? Jetzt weg, weg. Mann. Visier heilt den da oben an. Genau. Okay, weg, 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 weg. Das muss man jetzt ein bisschen taktisch spielen. Alter, ich konnte den hier anvisieren. Wie unfair. Jetzt halten die Assis natürlich ein scheiß Schild da nicht hoch. Wie schnell der Ritter auch ist. Hat natürlich nicht gereicht. Warum? Ich bin ausgewichen, du scheiß Arsch. Geil, Wand. Ja, genau. Mann, roll doch. Und die Kamera, guck dich die Kamera an. Was ist denn das für eine Kamera? Geh doch mal nach oben. Ist das krank einfach nur. Ja, jetzt greift der andere an. Ich kann den anderen nicht anvisieren. Guck durch den Arsch an. Geil. Nein, 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 nein. Ich kann ihn nicht angreifen. Ich kann ihn konstant nicht angreifen. Alter, diese Kamera. Nein, er hat mich geschickt. Guckt euch das an, wie schnell plötzlich diese Eisenritter geworden ist. Sonst werden sie lahmen, wie Arsch. Crepier. So. Jetzt nur noch du. Jetzt nur noch du gegen ich. Äh, du gegen mich. Hier eiskalt die Schildattacke auch noch angeboten wird, ne? Wobei das Spiel genau weiß, dass die Schildattacke eigentlich hier gegen diesen Scheißgegner nichts bringt. Warum wird mir ständig die Schildattacke angeboten? Und das Einzige, was irgendwie gegen ihn hilft, ist wirklich halt der Rundum hier. Boah. I hope so, dass es danach vorbei ist. Weil, was kann noch krasser sein als das hier? Sagt nur mehr Ritter. Kann halt krasser sein. Mann, ich komme nicht hinter ihn. Alter, ich habe ihn doch getroffen. Genau. Versuche halt so doll draufzuschauen. Vor allem, wie lange ich diesen Anvisorenknopf drücke, ne? Alter. Nein. Alter, wieso? Alter, ich bin ausgewichen. Jetzt stirb! Godcap. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Feenquellen es gibt. Es könnte auch noch sein, dass es hier noch weiter geht, aber ich hoffe, dass es jetzt einfach mal vorbei ist. Oh, je. Drei Ritter. Die Hölle hat einen Namen. Das ist jetzt auch definitiv der letzte Fight. Ganz ehrlich. Wenn danach noch irgendwas kommt. Ich meine, was kann danach kommen? Fünf Ritter oder was? Was kann schlimmer sein als drei Ritter gleichzeitig? Was ist das passiert? Was zur Hölle zerstöre ich da? Ich habe keine Ahnung, was ich zerstöre, aber ich zerstöre etwas. Was? Was zerstöre ich da? Ist es seine Rüstung? Oh, what the fuck? Okay, ich habe tatsächlich seine Rüstung irgendwie zerstört. Ich wusste nicht mal, dass es geht. Tatsächlich? Seit wann? Nein, leg doch das Scheißbomben ab. Ja, 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 nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Was? Er kribiert. Nein. Kommt her. Nein. Oh, ich brauche Bombenpfeile. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, das bringt nichts. Okay, das bringt nichts, das bringt nichts, das bringt nichts. Ja, okay, das hat ihn aber geschadet. Oh. Auf zu blocken. Scheiße. Bomben leer. Natürlich nichts gebracht. Ja, komm. Ja, ich habe ihn getroffen, den anderen habe ich auch getroffen. Geil. Kommt her, komm her, komm. Bom, bom. Ja, auch getroffen. Auch wenn die Rüstung ganz langsam abgehen. Ich habe aber nur noch eine Bombe. Pass auf, ich muss den irgendwie... Nein, nein, ausgerechnet die letzte Bombe. Die letzte Bombe. Okay, was machen wir? Es sind aber alle noch am Leben. Na, und jetzt genau das ist das, was ich nicht wollte. Ich muss jetzt wahnsinnig viel riskieren, Freunde. Das ist jetzt brutal schwer, was ich jetzt machen muss. Ich muss alle irgendwie killen. Nein, Rollenattacke, FTV. Ja. Ja, einer besiegt, einer besiegt bleiben noch zwei, aber ihr wisst, zwei sind brutal. Haben wir vorhin gesehen. Alter. Wieso kann er mich bedecken? Jedes Mal. Das Spiel. Schildattacke, FTV. Helm, Spalter, klar. Okay, ich habe ihn irgendwie getroffen. Nein, was macht er denn? Ich muss irgendwie noch die Rüstung von dem einen weg. Oh! Die können mich halt immer wieder schlagen. Boah, was soll ich tun? Wir haben fast gar keine Rüstung mehr und ich bin fast tot. Geil. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ja, ho, ho. Göttlich. Schaff mal. Nein, ich wusste es, dass ich sterbe. Greppier. Man, du... Sorry. Nein, ich hatte seine Abwehr gerade durchbrochen. Ja, genau wie er sich hinter seinem Kumpel da versteckt, dieser Arsch. Ja. Oh, wie geil. Sorry. Ich brauche jetzt gerade meine gesamte Konzentration für den Kampf. Das merkt ihr wahrscheinlich den Kampf schon, dass ich mich wirklich hier konzentrieren muss. Und jetzt habe ich seine Abwehr durchbrochen und stirb. Oh, ja. Wir hätten zwar noch ein goldenes Elixier. Ja, das ist es. Der Hauptpreis. Eine Stempel. Der Hauptpreis ist ein Stempel. Ein Stempel. Du hast diese Prüfung gemeistert. Und dein Mut würde ich besingen. Wow, Feentau. Wenn du das hier trinkst, wirst du vor dem liegenden Schwierigkeitsgrad ganz bestimmt meistern. Wann immer du der Hilfe einer Feenbedarfst, wirst du eine von uns an einer Feenquelle ganz im Land finden. Viele Menschen auf der Welt bedürfen deiner Hilfe. Kehre also zurück. Clear, Leute. Room clear. Damit heißt es in der nächsten Folge, liebe Freunde, auf zum letzten Dungeon des Spiels. Und wenn wir damit fertig sind, sammeln wir die letzten Geisterseelen und das letzte Herzteil. Keine Ahnung, wo das sein soll. Wir schauen jetzt mal kurz auf die Statistik. Wir brauchen noch sieben Stempel. Ich weiß, dass... Wartet mal, lass mich mal kurz rechnen. Einen bekommen wir noch so. Durch ein gewisses Ereignis. Dann bekommen wir noch vier Stempel in den jeweiligen zwei letzten Dungeons. Ja. Und uns fehlen uns noch... Wenn ich das... Ich musste nachher mal gucken. Sechs. Ja, sechs. Ja, dann sind wir bei vier. Also es fehlen uns noch circa vier. Und ein Herzteil. Also noch vier Geisterseelen. Circa drei Stempel. Und nur noch ein Herzteil. What the fuck? Ich bedanke mich für's Zusehen bei diesem langen, langen, langen Folge. Aber wir haben es geschafft, liebe Freunde. Das war's von The Legend of Zelda Trader Princess HD. Für dieses Mal. Ich bin erschöpft. Ich brauche eine Pause. Ich hoffe ihr auch. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020